es geht los guten morgen das ist dunkle nacht ich habe einen blauen claus alles klar sag ich doch was du schon wie höchst du mir zu doch immer sind einer von euch schon gerade oder nein ich stehe quasi neben dem killer ja jetzt macht er den anderen schrank auf und den gerater kaputt und noch nicht ja ich weiß ich habe die kinder gesehen ich bin gerade irgendwie aus irgendeinem grund gestrichen also so ist nicht okay ich bin ja kurze frei und gibt es die chance ja es ist sowieso quasi vielleicht ist ein netkit drin das kommt ja auch zugute okay es ist ein diskonaut vielleicht nicht das ist mal verschwinden da bin ich der hund da kommt heilheit da hast du schon eine frau vor dir die du betatschen kannst du betatscht sie nicht da ich höre ihn da ist er ja ich habe gerade gesehen er macht die ganzen paletten kaputt ich habe den generator machen würde ich hasse ich spiele zum ersten mal der muss überleben unschuldig ist also hier hinten bei dem generator bei den hügel wo du gerade rumgeschrieben hast war zwar ein tuten aber das war nicht das tuten kriegt ihr eigentlich langsam an den fertig weil sie wie lange ich noch den krieg von ihm wegzulaufen nein wir haben immer noch nur da nicht schön dass ich gesagt habe ich bin am baum hängen geblieben in dem moment Prozent wenn man den Gratwunsch liegt aber nicht gesehen er hat er nicht ganz zurückkommen ich glaube dass man genau ich bin ich sehe ihn ist gerade in der fabrik hatte er klettert gerne über die also er wollte gern auf uns was wir denn da ist er ein hund alter habe jetzt schon keine lust mehr aber wisst ihr was ich gerade gefunden habe ja das war oben in der fabrikhalle hinter hinter der kiste versteckt okay das ist gut so dann schaue ich mal wie ich jetzt Paul komm der ist durch der nächste von ein welchen killer habt ihr denn den hübidi kettensägen massacra war ich glaube er kommt gerade mag der mich so gerne offensichtlich das problem ist uns mag er jetzt auch da hat er mich Autsch ähm verdammt wo kommt der her wenn du kannst du mich stellen er trägt mich gerade durch die Gegend dann lass uns mal kurz ein stück weg gehen hier nicht laufen gehen bitte Talibu Ray natürlich hei hei man ist schon wieder so eine Fokse ein Lina Kürtel 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 deswegen ist er nicht nach der Klinie ja ich hab da also ne bist du schon bald gehielt oder noch nicht nur ich bin es ist und Rügel nur weil sich der Kinder zufälligerweise direkt um sich er ist gerade runter in den Keller Zweidrück er kommt wieder hoch kommt gerade zu mir ich bin voll er sucht mich er hat mich gefunden Mr. Black ah die Leertaste funktioniert wieder Herr Blacki kann ja gleich Klau spielen machen ja das kann auch gut was los deinem Leertaste im Arsch oder was nein das Spiel hat nur offensichtlich Probleme damit meine Handläge zu empfehlen ja äh 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 das ist die neue äh ja das ist Fingling die ist aber nicht neu das ist die schon länger drinnen und so ich weiß wenn sie meint die mit dem Euro von dem von dem neuen Trailer will ich nicht alles da ja äh 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 ich hab die auch die 2 sondern nicht gespielt äh äh nicht das fressen nein tut mir leid ich hab gutet weil ich weiß so jetzt hab ich mir extra gemütet werde ich gutet hab besser ja besser so so ein Bambel ich sehe den gar nicht äh der hängt irgendwo äh wiggelt wahrscheinlich ja da kommt er gerade an zu fahren ja krass ne ah ja jetzt hinter mir ja haa geh Bambel holen was lang kriegt ihr jetzt von mir dass ich mich nicht ausliegen soll komm mit Bambel folge mir naja naja warum hast du dich umgedreht ich schreibe Bambel Discord 10.34 mit der D ich bin auf der D was Discord 10.34 mit der D ja ich fahre mit meinem Papa und ähm nach Berlin achso so dann fühl ich viel Spaß wenn du den verpasst dann noch zwei Buse mit dem du sonst fahren kannst ja deshalb wir haben jetzt gerade äh die Fahrkarten gekauft die rausgesucht wann wir losfahren ähm unter dem also Paul wenn du da links hinläufst da ist ein Werkzeugkasten ja ist gut also da bei dem Tor bei dem Eingang oh ein sehr guter Keller ja ja du darfst dann gut gucken dann Kriegi freut sich übrigens auf morgen das kann ich mir gar nicht vorstellen warum also er hat von mir auch die Erlaubnis es zu kaufen ja sehr schön ja ich bin mindestens eine Woche weg mit dem Kleinen aber ich weiß nicht ob er die 40 Euro ausgibt ja weil dann nochmal 40 Euro und 40 Euro sind 40 Euro ja ja was kenn ich hä mein Papa spielt Arno ja Arno ist auch ein schönes Spiel mhm mein Papa ist nur Arno Zocker er hat sich gegen 7 Post gekauft hä weil man das nicht geblendet ist der Hund weil das komischerweise nur funktioniert wenn du selber Kinder spielst ja ich hab auch noch nie jemanden geblendet oh du kannst besser ausweichen als ich vielleicht vielleicht liegt daran der Rangunterschied na na scheißspiel ne das Problem hatte ich eben auch ich hasse es wenn du die Palette runter droppen willst und sie es einfach nicht wird ich verstehe auch nicht warum es manchmal einfach nicht geht ich verstehe es nicht äh den Common Club kannst du halt schon genauso wie wir nicht verstehen warum ähm Deckys äh ähm legt ihr doch mal ähm das Strugglen auf eine andere Taste was hältst du davon die Taste funktioniert ja grundsätzlich so richtig das Spiel nimmt ja sich an so ein und ich hab sogar plus ein die Runde gemacht krass ich hab keine Ahnung ich schaue noch zu da er hat Barbecue und Chili Alter der Hund Lauf um ihn rumlaufen im Kreis um ihn rum oh die sind nicht so skillful wie du mittlerweile wenn er seine Kettensäge anmacht und länger hält einfach im Kreis um ihn rumlauft das ist doch schon ein bisschen tricky für ihn dich zu treffen hab ich eben gesehen ja alle noch in der Partie drinnen manchmal schafft ich ich habe sogar 360s aber das ist ganz selten also jetzt hat sich das mit der Partie geendet ja er hatte Barbecue der Hund oh plus 1 unglaublich in Rang 12 unglaublich wir dürfen hier nicht mehr weiterspielen wir müssen äh definitiv private Lobby machen sonst verliere ich den Rang wieder sonst wird doch wieder einer ausgeschlossen ist doch scheiße richtig und ich verliege den Rang wieder äh ich meine es wird einer ausgeschlossen hast du vollkommen recht ja kann ich ja schon ja kann ich ja schon